Herzlich willkommen zu Bloodstone. Was ist Bloodstone? Bloodstone ist ein Indie-Rollenspiel von Matteo Schutteri, das sich ganz ungeniert am pseudoviktorianischen Horror-Setting des Computerspiels Bloodborne bedient und explizit auf One-Shots ausgelegt ist. Es wurde 2022 veröffentlicht, ist also zum jetzigen Zeitpunkt noch ganz neu und ist ein sogenanntes Broschüren-Rollenspiel. Das heißt, das ganze Rollenspiel passt im Endeffekt auf zwei Eisdielen-Karten. Eine für die Spielleitung und eine für die Spieler. Bloodstone hat allerdings zwei genealogische Wurzeln. Es ist zum einen Soulsborne, denn es versucht, das Flair von Bloodborne einzufangen, also im Grunde genommen einen Medienwechsel zu vollziehen. Es ist aber auch Forged in the Dark, was bedeutet, dass es zentrale Spielmechaniken von Blades in the Dark übernimmt, das inzwischen ähnlich wie Dark Souls im Computerspielbereich als Keimzelle eines neuen Genres im Pen-and-Paper-Rollenspielbereich fungiert. Bevor ich aber tiefer in das Thema der Spielmechanik einsteige, übersetze ich euch erstmal grob einen Abschnitt aus dem Playbook, damit ihr einen Eindruck bekommt, worum es bei Bloodstone überhaupt geht und was man als Spieler da überhaupt so tut. Ihr seid Jäger. Ihr habt geschworen, dem Weg des Blutes zu folgen und dem Wahnsinn ein Ende zu setzen, der von der Stadt Halliwyr Besitz ergriffen hat. In dieser Nacht scheint der Blutmond über Halliwyr und in seiner Gier nach Macht will ein falscher Apostel den Schleier zwischen den Welten zerreißen, die Stadt, den älteren Göttern ausliefern und dadurch selbst zu einem großen Alten aufsteigen. Erreicht die Kathedrale, ehe es zu spät ist und unterbrecht das Ritual. Euer Weg führt euch durch die verfluchte Stadt, deren Bewohner verrückt geworden sind und die bewaffnet mit Fackeln und Mistgabeln nach Fremden ausschalten, die sie ermorden können. In den Schatten lauern längst vergessene Schrecken, die euer Blut und euren Verstand auf eine harte Probe stellen werden. Ihr riskiert nicht weniger als ewige Verdammnis auf dieser Mission. Doch die Jagd kann nicht enden, ehe die Sonne aufgeht. Also nehmt die Waffen auf. Die Kutsche wartet. Sie wird euch zu den Toren der Stadt bringen. Gute Jagd! Und sehr viel mehr muss man als Spieler eigentlich auch gar nicht wissen. Um einen Charakter zu erstellen, muss man ein paar Fragen beantworten, wie zum Beispiel, was für Kleidung der Jäger trägt oder was seine Vorgeschichte ist. Man kann sich einfach eine aussuchen. Und daraus ergibt sich dann die Verteilung der Attribute und ein paar Sonderfertigkeiten. Klassen gibt es keine, ein Jäger ist ein Jäger, aber sie sind trotzdem alle ein wenig individualisiert. Zum Beispiel durch die Wahl der persönlichen Waffe, etc. Attribute gibt es nur drei, was vermutlich einem One-Shot-System angemessen ist. Und zwar Prowess, Resolve und Wit. Diese entsprechen grob den drei Oberkategorien in Blades in the Dark. In Blades sind die aber jeweils nochmal in vier Skills unterteilt. Das hat man sich hier gespart. Was Bloodstone aber vor allem von Blades in the Dark übernimmt, ist die Würfelmechanik. Und zwar 1 bis 3 auf einem W6 sind ein Misserfolg. 4 und 5 ist ein Erfolg, aber mit negativen Konsequenzen. Also zum Beispiel, dass der Gegner gleichzeitig auch Erfolg hat. Nur die 6 ist ein ungetrübter Erfolg. Wenn mehrere Würfel geworfen werden, gilt jeweils das beste Ergebnis. Mehrere 6 sind ein kritischer Erfolg. Die Anzahl der Würfel hängt vom betroffenen Attribut ab. Außerdem gibt es verschiedene Möglichkeiten, an Bonuswürfel zu kommen. Zum Beispiel, wenn einer der Mitspieler Charaktere einen unterstützt. Außerdem wird jeder Würfelwurf modifiziert, indem die Spielleitung Position und Effekt bestimmt. Die Position kann kontrolliert, raskant oder verzweifelt sein. Und je schlechter die Position ist, desto verheerender sind die Konsequenzen bei einem Misserfolg. Der Effekt der Aktion kann vermindert sein, wenn man zum Beispiel gegen einen übermächtigen Gegner kämpft, normal oder erhöht, wenn man irgendwelche Vorteile hat. Hier spielen auch verschiedene Sonderfertigkeiten und die Ausrüstung der Jäger mit hinein. Soweit so Blades in the Dark. Allerdings wird die Stressmechanik, die wirklich zentral für Blades ist, in Bloodstone durch eine Stamina-Mechanik ersetzt. Wer kein Stamina, also keine Ausdauer mehr hat, kann quasi nichts mehr tun, was uns bei unserer Testrunde einige Probleme verursacht hat, aber dazu gegen Ende mehr. Außer Stamina gibt es noch eine Lebensleiste, Blood, von der man sich auch selber was abziehen kann, um besondere Effekte zu erzielen und Inside, die man durch das Erkunden der Stadt gewinnen kann. Inside kann man ausgeben, um der SL Fragen über die Situation zu stellen oder man sammelt sie und wenn man genug zusammenbekommt, kann man einmal am Abend aufleveln. Dazu benutzen die Jäger den titelgebenden Bloodstone, wovon jeder einen hat, und teleportieren sich in die Werkstatt, quasi die sichere Basis des Jägerordens, während ihr Körper als Steinstatue zurückbleibt. Damit hatten wir in der Testrunde auch jede Menge Spaß. Und diese Werkstatt ist gewissermaßen der Hunter's Dream aus Bloodborne. Nur ohne die Puppe, falls die jemand vermissen sollte. Neben Blood, Stamina und Inside müssen die Spielercharaktere auch noch mit ihrer Munition haushalten, denn sie haben auch Schusswaffen. Der Umgang mit diesen Schusswaffen ist jetzt nicht total intuitiv, denn Schusswaffen sind hier nicht dazu da, um jemanden zu töten, sondern werden zum Parieren und zum Stunnen benutzt. Also genau wie in Bloodborne. Aber wer das Computerspiel nicht gespielt hat, wird das vermutlich eher seltsam finden. Zum Töten sind die Nahkampfwaffen da, die man auch wie im Computerspiel auseinanderklappen kann und in dieser modifizierten Form dann einen verbesserten Effekt bekommen. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass Bloodstone vom Genre her Action-Horror ist. Also erwartet zwar groteske Gegner und skurrile NSCs, aber vielleicht eher nicht, dass ihr euch zu Tode fürchtet. Die wichtigste Frage ist jetzt natürlich, funktioniert das System? Also macht es das, was es soll? Aber um ehrlich zu sein, ich bin mir nach einer Runde noch nicht hundertprozent sicher. Also erst einmal finde ich es gut, ein Forged in the Dark für One-Shots zu haben. Wir haben ja Blades in the Dark, unter anderem bei Frosty, auch schon als One-Shot gespielt, aber um ehrlich zu sein, das war ziemlich aufwendig und so viel Aufwand will man eigentlich bei One-Shots nicht betreiben. Dem versucht Bloodstone entgegenzutreten, indem es alle wichtigen Infos auf zwei DIN A4 Seiten packt. Die Spielleitung weiß also wirklich nicht sehr viel mehr als ein Spieler, der sein Playbook aufmerksam gewesen hat. Die Eckpunkte der Mechanik sind auch auf beiden Bögen gleich. Auf dem SL-Bogen kommen vor allem noch Infos zur Generierung der Stadt, dem Ablauf des Abends und dem Einsatz von Clocks hinzu. Also Aufgabe der Spielleitung ist es erstmal, sich drei bis vier Locations in der Stadt zu überlegen und wie die miteinander in räumlicher Beziehung stehen. Die letzte Location ist immer die Kathedrale und prinzipiell sollte es an jeder Location drei Optionen geben, um an Inside zu kommen. Wobei ich es erst schwierig fand zu entscheiden, ob jetzt nur ein einzelner Charakter Inside bekommen sollte oder die ganze Gruppe. Ich glaube aber, dass wir da eine ganz gute Balance gefunden haben. Außerdem müssen die Locations mit Hindernissen, Gefahren und NSCs bestückt werden, wofür auch ein paar Vorschläge gemacht werden, die man auch als Zufallstabellen benutzen kann. Ich habe für die Testrunde den Schwerpunkt auf Kampfencounter gelegt, weil mir das erstmal am einfachsten erschien. Einen NSC haben meine Spieler getroffen, zwei haben sie verpasst, aber naja ist auch nicht weiter schlimm. Außerdem wird im GM-Sheet das Abenteuer in drei Akte unterteilt. Die Jagd, also der Teil in der Stadt, den Showdown in der Kathedrale und den Epilog. Ich sag's euch gleich, den Epilog habe ich unterschlagen, weil es schon ziemlich spät war, aber prinzipiell ist das ein schöner Ausklang für so einen One-Shot. Die Clocks oder Uhren werdet ihr im Actual Play auch sehen. Die funktionieren eins zu eins wie in Blade in the Dark. Komplexe Probleme oder gefährliche Gegner kann man als Spielleitung immer als Clock darstellen. Je mehr Segmente eine Clock hat, desto größer logischerweise die Herausforderung. Und ein Erfolg füllt je nach Effektlevel eins, zwei oder drei Segmente. Außerdem gibt es noch eine ganz besondere Clock, nämlich die achtseitige Night Clock, die mit jeder neuen Location weiter tickt. Außerdem kann sie auch als ernste Konsequenz weiter ticken, zum Beispiel als Alternative zum Tod eines Spielercharakters. Wenn diese Clock allerdings voll ist, hatte das Ritual des Apostels Erfolg und die allerletzte Chance der Jäger ist es, den Apostel in seiner transformierten Form zu bekämpfen und zu besiegen, was natürlich eher unwahrscheinlich ist. Also wenn die Night Clock im Lauf des Abends voll werden sollte, dann sieht es ziemlich duster aus für die Spielercharaktere. Ja, soviel zur SL-Seite. Ein komplettes Rollenspiel auf zwei bzw. vier DIN A4 Seiten zu packen, ist natürlich eine ziemliche Herausforderung, weil man wenig zusätzlich erklären kann. Es ist einfach kein Platz und das ist jetzt nicht wie in anderen Rollenspielen, wo man einfach nochmal in einem anderen Buch nachschlägt und dann ist man schlauer, sondern was da steht, steht da und damit muss man arbeiten. Wir sind darüber bei Bloodstone bei der Stamina-Mechanik gestolpert, denn wir haben uns an den exakten Wortlaut gehalten, obwohl mir das von Anfang an komisch vorkam und das hat dann dazu geführt, dass Leute kein Stamina mehr hatten und damit effektiv aus dem Spiel genommen wurden. Mittlerweile konnte ich allerdings den Autor erreichen und der hat uns freundlicherweise aufgeklärt. Der Jäger bekommt immer sein Stamina zurück, nachdem die Konsequenzen abgehandelt wurden, egal wie diese Konsequenzen ausfallen oder ob es überhaupt Konsequenzen gab. Das macht die Spielercharaktere natürlich noch stärker, macht aber auch sehr viel mehr Sinn als die wortwörtliche Auslegung. Die Charaktere sind insgesamt stärker als Blades' Charaktere ab Start, weil sie deutlich mehr Würfel zur Verfügung haben. Das hat man bei uns vor allem an Terras' Charakter gesehen, der sehr geradlinig alle Kampfvorteile mitgenommen hat. Ich denke, da hilft es, wenn man die Herausforderungen etwas breiter aufstellt, als ich das für diesen Versuch getan habe. Ich denke, ich würde beim nächsten Mal auch mehr auf die geistige Stabilität gehen, um das Resolve-Attribut etwas mehr einzubinden, denn das kam bei uns nur bei NSC-Interaktion vor und ich glaube, dieses Attribut kann noch mehr. Aber selbst wenn man bei dem Kampfschwerpunkt bleibt, dann denke ich, muss man sich einfach nur bewusst machen, dass die Spielercharaktere schon ein bisschen was aushalten. Sie haben zwar eine kurze Lebensleiste, aber auch ziemlich viele Möglichkeiten, wie sie dem Tod doch noch irgendwie von der Schippe springen können. Alles in allem fand ich das System für einen Abend sehr unterhaltsam und möchte es auf jeden Fall noch einmal mit den gewonnenen Erkenntnissen und vor allem auch mit der korrekten Stamina-Mechanik spielen. Aber jetzt macht euch gerne erstmal selbst ein Bild. Viel Spaß mit unserem Bloodstone-Actual-Play. Die Madonna, der Fenster.